Die sind nicht einfach. Fängt so scheiße an. Es fängt schon doof an. Zwei Hits kassiert. Der eine war ja okay, aber der andere... Es ist so lächerlich gegen zwei von denen. Die haben eine Reichweite. Von aller Feinsten. Ich muss sie weit auseinander treiben, so wie das nicht, ey. Ja, komm mal schön mit. Gut, gut, gut. Kann ich auch mal mitnehmen. Nein, fuck. Ach, Mann. Ach, Mann. Leute, ich kann jetzt nichts sagen. Hier muss ich pure Konzentration raushauen, ey. Ich denke, man sieht warum. Nein, shit. Shit. Nicht so. Boah, Risiko, aber es musste jetzt sein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Nicht schon wieder sowas. What? 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 Was? Was? Das ist doch nicht euer Ernst. Was? Was? Leute, was... Was hab ich da grad gesehen? Was? Das ist doch nicht deren Ernst. Jetzt wirklich ernsthaft? Okay, ich versuch den jetzt noch einmal. Danach mach ich ne Dark Souls Pause, aber ne lange. Alter Lachs. Ja, fängt gut an. Okay, ich weiß, danach kommt noch einer. Ja. Ja, und es ist noch absolut scheiße. Ich weiße. Aber jetzt hat der Neu war ich weiter. Das ist ja nicht eigentlich. Was? Prost, mein Freund. Glüh dich auch aus. Oh, ey. Ja, meine Reichweite, es ist lächerlich. Ja, meine Reichweite. Ja, meine Reichweite. Okay, cool. Okay, eindeutig besserer Versuch. Okay, cool. Okay, cool. Oh, boss. Okay, cool. Okay, cool. Okay. 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 Das war's. Was ist denn bloß verkehrt mit ihm, ey? Was ist denn bloß? Was ist denn bloß verkehrt mit ihm? Fuck. Okay, das ist jetzt nicht wahr, ey. Das war jetzt ultrakacke. Boah, ist der hart, ey. Ach, das sind die fucking 4 Estes, die mir fehlten, ey. Von den scheiß beiden Pissbacken. Ach, Mann. Ich bin genervt, ey. Heftig. Heftigst. Okay, wir versuchen das auch einmal und dann mach ich ne Dark-Schurz-Pause. Aber das lief doch besser als gedacht. Ich dachte, ich krieg jetzt wieder hart aus Fressbrett. Aber fürs zweite Mal ging's dann doch recht gut, aber gewohnterweise ist mein zweites Mal immer das Beste. Und dann kacke ich hart ab. Und dann brauche ich anderthalb Stunden, dann habe ich ihn besiegt. So war es zumindest bei der guten Friedel hieß sie, glaube ich. Und ich hab was vergessen. Ultrakacke. Hört auf zu brennen. Hört auf zu brennen, verdammt. Ey, diese Reichweite. Man kann wegrollen und es ist einfach scheißegal. Oh Gott. Das Beste ist einfach, wenn beide erloschen sind, ey. Das ist... Von der Königsdisziplin, ey. Und jetzt zum Beispiel. Okay, einer wär schon mal weg. Zwei Estos verbraucht. Naja, eigentlich drei. Ich wollte grad sagen, der eine Schlag, der war wieder zu gierig, ey. Ich werd genauso wieder mit elf Estos aus dem Kampf hier rausgehen, wie gerade. Hitzend. 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 Fuck, 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 fuck. Keine so gute Idee direkt, die ziehen hinzurollen, aua. Ja, nice. Richtig gut von mir. Nein. Verrecke, du Wichser, Alter. Bist du das? Ja. Oh. Freunde, got it. Oh, läuft die Aufnahme hier. Oh, lecks mir am Arsch. Das war noch so knapp zum Schluss. Es war noch so knapp. Boah. Boah. Uff. Ey, ich mach jetzt trotzdem nackt als Pause. Ich schwitze wie ein Stück Shit, ey. Oh. Kleines Gesandtenbanner. Okay. Vielleicht müssen wir das dem Dude oben zeigen. Könnte ich mir gut vorstellen. Machen wir aber jetzt noch nicht. Wir gehen jetzt nochmal ein bisschen weiter. Alter. Alter. Alter, es war auf jeden Fall noch nicht das Ende, ey. Oder doch? Ah, dafür ist das Gesandtenbanner okay. Okay. Werden wir wieder abgeholt. Ja, werden wir wieder. Ja. Werden wir wieder. Ich glaube, es leckt weniger. Also ich muss sagen, ich glaube, es leckt weniger bei euch. Ich hoffe sehr. Alter. Krass. Und ich glaube, wir gehen jetzt nochmal zum nächsten Lagerfeuer. Und da mache ich dann jetzt auch erstmal einen Cut dann. Boah. Ich muss auf jeden Fall was trinken. Ich habe mich gerade so sehr befreut. Die umringte Stadt. Jetzt sind wir erst in der fucking umringten Stadt. Wer sitzt denn da für ein kranker Riesenbastard? Leute, jetzt fängt das DLC erst an, oder was? Das ist doch... Das ist doch... Herr Dut. Ich habe dich hier. Ich habe dich hier. Das ist doch nicht. Ich habe dich hier. Oder nur diese Rolle erfolgt? Eine Lieche! Eine Liecheche! Wie würde ein, wie du, als du, servieren zu den deuten? Deine Scheme ist bekannt für mich. Ich weiß, was es ist, du deseierst. Die Dark Soul? Nein? Warum würde ein Dane zu besuchen, diesen Dungheap? Darf du deine Falser? Ich wäre ein Mitglied für dich. Wenn es die Dark Soul ist, dann suche Fillionor's Kirche. Dort wirst du die Prinzessin wachsen. Eine Liecheche, die eine übergebrachte Privie. eine Probe, um dich aus der dunklen Seele von deinem Wunsch. Okay. So, wir rasten hier erstmal. Oh Leute, ich muss, ich baue jetzt erstmal Pause. Wirklich, ich nehme vielleicht später nochmal ein bisschen auf. Oder so. Aber, äh. Oh, meine Kammer heute umscharf. Ach, besser. Ähm. Ich nehme vielleicht später wieder auf. Aber, jetzt baue ich erstmal ein Sauerstoffzelt. Irgendwas, was mich frisch hält. Und Nahrung. Und, äh. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Oder vielleicht auch direkt hier nach. Ich, äh. Weiß es wie immer nicht. Und, äh. Bedanke mich nochmal zuzusehen. Und, äh. Dann bis gleich. Oder bis zur nächsten Folge. Tschüss.